Grüßt euch! Wie versprochen stelle ich euch jetzt den Gegenstand vor, den man auf meiner 100 Abonnenten Special Wanderung gewinnen kann. Und zwar, ich hoffe man kann es sehen, Zeltheringe. Und zwar nicht irgendwelche, Zeltheringe zum Schrauben. Das ist jetzt nichts für Outdoor, das ist eher für einen Campingplatz, wenn man sein Vorzelt vom Wohnwagen oder Wohnmobil anständig befestigen will und nicht immer diese dünnen mickrigen Haken nehmen will, weil die kann man reinschrauben. Also praktisch reinschrauben in den Boden. Es sind zwölf Stück im Set. Dabei ist auch so ein Haken, damit man die wieder rausziehen kann. Also praktisch so und dann kann man die auch wieder aus dem Boden ziehen. Ich finde die ganz praktisch. Sie sind auch sehr massiv, also die biegen nicht so schnell um, weil die Dinger, die man manchmal dabei hat, die kann man ja mit der Hand umbiegen und die Dinger taugen schon was. Ich hoffe ihr könnt die gebrauchen. Ich kann euch ja das mal kurz zeigen. Also man kann die jetzt nehmen und dann dreht man die einfach in den Boden. Man kann sie natürlich auch mit dem Hammer oder mit der Axt rein schlagen. Und die sind wirklich fest, wenn man sie richtig reinschraubt natürlich. Ja und dann kann man hier wunderbar das Seil einhaken. Wenn man sie rausziehen will, wenn es wirklich mal schwer geht, nimmt man den Haken und zieht sie raus. Und wie gesagt, die gibt es in meinem Gewinnspiel zu gewinnen. Und ihr wisst ja, die zehnte E-Mail gewinnt, die die richtige Anzahl von meinen Klebe-Button angibt. Und das alles ist dann in so einem Set. Ist natürlich jetzt nicht, was jeder gebrauchen kann, aber vielleicht sind hier ein paar Camper dabei, die die Dinger gebrauchen können. Also dann wünsche ich euch viel Glück und denkt dran, wenn die zehnte E-Mail gezogen ist mit der richtigen Antwort, gibt es noch mal ein kurzes Video, damit ihr Bescheid wisst. Weil ich will euch jetzt das ersparen, das ganze Video eine Stunde gucken, wenn der Gewinner schon gezogen wurde. Das möchte ich natürlich nicht. Also bleibt gesund und viel Spaß beim Video gucken und zählen. Ciao.